Hallo liebe Freunde des Rechts, es ist Freitag. Bayern hat soeben beschlossen, dass man einen de facto Lockdown durchführen möchte. Heute hat der Bundesrat gleichzeitig das neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Die Union hat es nicht blockiert und in der nächsten Woche wird die epidemische Notlage auslaufen. Da wird häufig die Frage gestellt, reicht das aus? Und wenn es nicht ausreicht, kann man die Politik dazu zwingen, mit rechtlichen Mitteln dagegen vorzugehen? Der Reihe nach. Also das ist die aktuelle Nachricht, dass es also verschiedene Beschränkungen in Bayern geben wird, aufgrund der hohen Inzidenz. Und die letzten Tage haben wir gestritten über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, weil die Bundeskompetenzen künftig eine Begrenzung vorsehen von Maßnahmen, die die Länder verhängen können. Und da haben wir hier den Katalog von fünf Sachen, die künftig aus dem Werkzeugkasten rausgenommen werden. Das hat sich ein bisschen geändert. Da gab es ein paar Kompromisse, also Kontaktbeschränkungen beispielsweise sind wieder möglich. Aber was nicht möglich sind, diese fünf Sachen. Ausgangsbeschränkungen, sowas wie ab 22 Uhr zu Hause sein, Untersagung der Sportausübung, darf also nicht vorgenommen werden. Untersagung von Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen und dann hier der Verweis auf die Nummer 11 bis 14. Da schauen wir mal ins Gesetz, was ist das? 11 bis 14. Es ist nicht erlaubt, dass die Länder Reisen untersagen, insbesondere touristische Reisen. Sie dürfen nicht Übernachtungen beschränken, wie es ja in der ersten Welle häufig der Fall war. Es ist nicht erlaubt, gastronomische Einrichtungen zu untersagen oder gar zu beschränken. Da bin ich jetzt gespannt, wie Herr Söder die Sperrstunden, die Schließung der Nachtlokale damit vereinbaren wird. Und schließlich ist es nicht erlaubt, einzelne Betriebe, Gewerbe, Einzel- oder Großhandel zu schließen oder zu beschränken. Ja, das ist der Kompromiss oder die Beschlusslage, wie sie beim Bundesrat jetzt durchging. Das heißt, bestimmte Sachen, die vorher möglich waren, sind jetzt nicht mehr möglich. Ob das gut oder schlecht ist, ist eine politische Frage. Ich betrachte jetzt mal aus der juristischen Sicht, inwiefern eigentlich ein Bürger oder ein anderer Betroffener nicht gegen die Beschränkungen durch Maßnahmen, sondern durch das Unterlassen von Maßnahmen gerichtlich vorgehen kann, beispielsweise über das Bundesverfassungsgericht. Die Schwierigkeit ist immer, die Rechtsbehelfe im Rechtsstaat sind normalerweise dafür da, um einen Eingriff des Staates gegen Grundrechte zu verhindern. Wenn der Staat also mir etwas verbietet, dann kann ich nur sagen, nein, du beschränkst meine Freiheiten, ich gehe dagegen vor. Und dann gibt es dann die Prüfung mit Verhältnismäßigkeit und so weiter. Wenn ich jetzt aber will, dass der Staat mehr Beschränkungen aufnimmt, dann kann es schwierig werden. Und die Lösung zu diesem Problem könnte im Klimaurteil liegen. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja im März diesen Jahres beschlossen, dass das Klimaschutzgesetz in Teilen rechtswidrig ist und den Beschwerdeführer, Beschwerdeführerin in ihren Rechten einschränkt. Und der Trick hier ist folgender. Das Bundesverfassungsgericht hatte das gleiche Problem, nämlich einen Eingriff zu finden, wenn CO2 emittiert wird oder das Klimaschutzgesetz zu lasch ausgestaltet ist. Und da sagt das Gericht, die angegriffenen Regelungen entfalten eingriffsähnliche Vorwirkungen auf die durch das Grundgesetz umfassend geschützte Freiheit. Und das ist der springende Punkt. Die Möglichkeit, von diesen Freiheiten, nämlich CO2 zu emittieren, in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden ist, stoßen in verfässungsrechtliche Grenzen. Und dann wird jetzt weiter klimapolitisch argumentiert, warum dadurch jetzt ein Eingriff besteht. Aber das Grundprinzip ist interessant und möglicherweise auch auf die Corona-Lage übertragbar, wenn man nämlich aus CO2-Viren oder Gefahrstoffe macht. Man könnte also argumentieren, dass das derzeitige Infektionsschutzgesetz ja ausdrücklich die Erlaubnis erteilt, bestimmte Einrichtungen zu benutzen, weil nämlich die Länder eine entsprechende Einschränkung nicht mehr vornehmen können. Es ist also auf jeden Fall immer erlaubt, das Haus zu verlassen. Es ist auch immer erlaubt, Sport auszuüben und damit natürlich auch Kontakt zu haben, beziehungsweise auch Viren zu emittieren. Da sind wir schon ziemlich nah am CO2. Ob das jetzt berechtigt ist, ist eine andere Frage, aber ich möchte nur die Frage beantworten, ob man das Bundesverfassungsgericht damit befassen könnte. Und die Antwort ist, ja, man könnte. Ob es Aussichten auf Erfolg hat, hängt wiederum von der Begründetheit ab. Ob das tatsächlich der Ermessensspielraum der Politik so stark beschränkt ist, dass schon die Beschränkungen, die wir hier haben oder das Nichthandeln, einen solchen Eingriff oder eingriffsähnlichen Effekt erzielt. Was wäre das Rechtsmittel? Eine Verfassungsbeschwerde möglicherweise oder eine einstweilige Anordnung, die mit einer Dauer von sechs Monaten funktionieren könnte, weil eine Verfassungsbeschwerde selbst natürlich erst vielleicht in einem Jahr oder zwei vollständig entschieden werden könnte. Das beantwortet also die Frage, könnte man ein Gericht mit der Prüfung von unzureichenden Infektionsschutzmaßnahmen betrauen? Ja, wäre denkbar. Sicher ist das natürlich nicht, weil das ist hier tatsächlich gewissermaßen juristisches Neuland. Was würde am Schluss rauskommen? Das hängt natürlich davon ab, ob man argumentieren kann, dass die jetzt zur Verfügung stehenden oder ergriffenen Maßnahmen unzureichend sind, um einen ausreichenden Schutz aus Artikel 2 Grundgesetz, Freiheitsrecht, Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Kann man also durchaus näher betrachten. Falls ihr Ideen dazu habt, freue ich mich über Kommentare. Bis dann, bleibt gesund.